Ho 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 und Willkommen zu einer neuen Aufnahme Slash Ausgabe vom FarGraph 4 Let's Game Ho 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 Ja, heute ist der 6. Dezember und ich weiß gar nicht ob der Nikolaus auch so Ho 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 macht, keine Ahnung, ich weiß es nicht So, auf jeden Fall, die heutige Aufgabe lautet, ich muss einen Koboi, einen Frachter und nur hier abfangen, das heißt erledigen oder so, zerstören, was weiß ich, was alles machen mit denen Den Frachter weiß ich nicht genau, ob das so richtig heißt, so und die Bestrafung lautet, ich habe mich bloß zu Fuß wegen, das heißt keine Stelle reisen, keine Fahrzeuge, ja So, ich brauche, so habe ich, wie viel ich mir und vielleicht noch, joa, Wildschwein, nein, das sind normale Schweine, den brauche ich jetzt gar nicht, so, ich gehe vielleicht wieder rein, egal, so, ich habe keine Zeit zum, äh, hingehen, ich muss jetzt, ähm, Dings besorgen, diese ganzen Koboistus, scheiße, unsere Leute brauchen Hilfe, ich komme, Leute, hilft dir, wir sind im Kampf, ja, Sir Feuer, wir können nicht mehr, Feuer, waffe ich zu, boah, fett Hatshot, alles, die Luft, das ganze Blut, so, Karma Alters abgeschlossen, geil Komm, man, ich gebe mir Karma Points, ich brauche Karma Level für eine bessere Waffe, so, ich kann man, Level, 150, boah, richtig viel, so, ich brauche, wo bin ich? Ah, da bin ich, okay, okay, ich habe schon gedacht, alles rot, okay, ich brauche ein Konvoi und so, Karate Fashion Week, nein, brauche ich jetzt gar nicht Ich brauche einen Konvoi oder so, ich weiß gar nicht, wie man, wie man sie, was ist denn hier, da, Pagans Zorn, ja, ein Konvoi, so, da teleportiere ich mich mal hier und besorgt mir den Konvoi Also habe ich schon mal den Konvoi erledigt unter den Frachter und den Kurier, den fängt man nicht so easy ab, also ich hoffe, ich kriege jetzt den Konvoi auch kaputt, weil ich weiß gar nicht, wie stark er ist, ich vermute, er ist mega stark So, äh, ne, ich gehe noch kurz verkaufen Hab, äh, mal ganz schnell hier ein paar Sachen verkaufen, sonst, äh, kann ich hier keine Sachen schnaubarten, was weiß ich Rot und Fell, weißes Blatt, nein, kann ich alles behalten Boah, wie viel ich wertvolle Sachen habe und sonst nichts ich habe ich muss meine tasche upgrade das habe ich gleich gar keinen platz mehr so ich brauche ein fahrzeug dort fährt ja jemand schon vorbei nein das fährt da fährt man vorbei das bestes fahrzeugkammer eindeutig also bestens fahrzeugkammer warte ich muss erst mal hier anvisieren so scharf aber hier ist noch eine kleine ich habe ja ich habe ja in der letzten aufnahme für sie einen drogenfeld zu besorgen also ein rotfeld zu besorgen wo sie dann profium hergestellt also daraus wird dann profium hergestellt rechts auto verpiss dich falk das auto mit dem ich hier gerade unterwegs bin nein sagt nicht der konvoi ist weg nein der ist noch da das auto mit dem ich gerade fahre das hat eine sehr schlechte beschleunigung so ich muss mal gleich den tagdown auf dem fahrzeug geht es so 120 meter ich hoffe ich werde auf dem weg hier jetzt nicht gekült von von boi von den typen von den feinden bau bei loben das ist ein 50er nein nein jetzt wie 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 jumpt man überhaupt rein in ins auto da wurde doch gezeigt ah scheiße ich wusste dass ich so schnell sterbe so so fähigkeiten jetzt mal gucken wie jumpt man rein so fahre seitlich an ein gegnersches fahrzeug ran und drücke F ich denke ich muss F halten scheiße wie viele punkte habe ich einen punkt super damit kann ich nicht viel anfangen so ich brauche ich brauche die konvoi konvoi bitch so nein jetzt ist er weg nein ne 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 das ist jetzt richtig kacke super wie soll ich denn das jetzt machen so also ich bewege mich jetzt ähm irgendwo hin und eventuell finde ich noch bei Typen so ich bewege mich jetzt äh hier nein dort komm ich jetzt nicht ran ich muss Tiger erledigen oh da sind viele Kisten so ich bewege mich erstmal dorthin danach zum Tiger wie zeigt zum Tiger oh ich muss ok 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 so ich bewege mich erstmal zu den Kisten dorthin äh ja es zeigt super an auf der Map so oh hier ist noch eine Kiste ich muss auf ich brauche auf jeden Fall so Sachen da äмов mär oh 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 Woher ähm scheiße versa Ja, wir waren voll am Leggen, Backen, was weiß ich was. Yo, so, noch das einsammeln und ich brauche ein Fahrzeug und gerade ist hier keins vorhanden. Oh, Fahrzeug. Oh, der Typ ist tot. Ja, super, danke fürs Fahrzeug. Bitch, wir fallen raus. So, danke fürs Fahrzeug. Ihr seid wirklich die Besten. So. Ja, gib Gas, das Fahrzeug. Yo, ich brauche hier und Frachttau oder wie das heißt, nein, keine Ahnung, Lassla. Ich weiß nicht, wie man da die Dinger da nennt. Die Dinger da nennt. Leute, ihr habt den Sünderpreis Kürrat eingeschaltet und ich bin Ravi Ray Rana. Also ich möchte über Mieter reden, fußlose Freiheitskämpferin der Spanier. Ey, kannst du mal deine Fresse halten, um aufgrund über Mieter zu reden? Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Ich meine, dass die Locations sind. Die Locations sind hier, die ganzen Abcheck, die geilen Scheiß auf die Kisten. Wir sind immer hier herumfahrt und hoffen, dass ich umgehebe. Hier findet du da jemand anderes. Ja, man hört es überall. Ich habe es auch von dir schon mehrere Male gehört. Oh mein Gott. So, wo sind die Tiger? Die Tiger, da muss ich nach Linz. Okay, da muss ich nach Linz. Oder? 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 Okay, Kammer-Agriffe. Rette! Geisse! Geisse! Ouhh! Super! Hier, Verteidigung. Abgeschlossen! Hier, gib mir noch mal Punkte! Zacke! Gerettet, mein Kumpel! So, ich muss nach oben, zu dem Tiger. Entschuldigung, hast du mal kurz Zeit für mich? Nein, hab ich nicht. Verbiss nicht. Komm ich hier hoch? Nein. Warte, du wenigstens. Ich stirb. So, ein Tiger erledigt. Schreibe, nur einer. Egal. Oh, aber das Fell hier von dem. Scheiße, ich muss aber ein Konvoi uns suchen. Nix hier, Tiger erledigen. Oh, oh, ich hab was gehört, denke ich. Und das hörte sich schlecht an. Ah, die Dinger muss ich aufnehmen. So, einer tolle, weiter aufzuholen. So, her damit. Oh, das sammelt man so viel schnell ein. So, der nächste. So, ich kann was herstellen. Ich stell mal kurz was her. Herstellung. Was kann ich denn herstellen? So, eine Spritzentasche. Ja. Und eine Schwer-Munitions-Tasche. Was kam noch mit Tigerfell? Wurfgeschoss, Tasche scheiß drauf. Ich brauch das hier. Munitionsbeutel, dafür brauch ich noch ein Bahar-Fell. So, das schlägt mir mal auch her. Was macht man jetzt dafür? Bärenhaut, Bären. Uh, Bären sind voll selten. Und auch voll gefährlich. Uh, da ist eine Kiste. Schnell runterrutschen. Hopp, hopp, hopp. Hopp. So, hemmt der Kiste. Zack. Und jetzt weiter. Jetzt geht's weiter. Auf die Straße, muss ich. Auf die Straße. Und die Prostituierte spielen. Und so, Park, uh, Beuys, uh, abfangen. Scheiße. Oh, fuck. So. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt einen Konvoi hier findet. Ich weiß es gar nicht. Scheiße. Richtig blöd. So, ich geh mal hier kurz hin. Dort war, denke ich, letztes Mal was cooles. So, Bomben entschärfen muss so gefährliche Situationen entschärfen. Bärenmin hat den letzten Angehörigen der Königsfamilie ermordet. Also der Royalist bei der Planzeugehörigen Waffen sind leistungsstarke Sonderanfertigung, die du an Halsposten erwerben kannst. Ja, das werde ich auch machen. Äh, falls ich die Karma-Level habe. Ich kann das machen nicht. So, ihr habt gehört, dass die Jäger betroffen. Das ist nicht gut. Wir dürfen das nicht mehr essen. Das ist nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das nicht mehr finde ich essen. Jo. Okay. So, jetzt springen auf. Aber sie w breeze by降. Ich denke, die ganzen Typen, die dauernd nur auf einem Feindesgebiet auf. Das ist hier ein bisschen blöd. Ich denke, das ist ein bisschen blöd. Tacket тем. Scheiße, nur noch zehn Minuten knapp. Wieso? Wieso? Och, ne, ich hab da nicht verkalken. Nein, 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 nein. Nein. Ja, komm, auf den Weg hole ich noch diese Maske oder was es hier auch gibt. Du meine Mühle, mein das? Ne. Fuck, mir das Haus. Der geht runter. Geil, der geht runter, aber nein. Jetzt habe ich keine Zeit dafür. Ich muss... Ich... Nein. Okay. Egal, ich geh einfach mal runter. Oh, Feinde. Erledigen. Ich muss mich abseilen. So, ihr halten zum Abseilen. Hopp, und jetzt runter hier. Ich muss mal... Ich muss mal versuchen, mein Dingens zu aktivieren. Mein Flyback, oder wie der heißt. Ja, Tiger, Tiger. So, so. Ich versuch's mal. Yeah, Big Suit. Yeah, yeah. Ein 10 Fallschirm. Okay, das ist ein bisschen blöd. Früher konnten sie ja nicht sagen, dass man ein Fallschirm aktivieren muss. Ja, ist sehr schlau. Scheiße, wenn ich so auf die Zeit gucke. Nein, 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 nein. Ich muss mich beilen, 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 beilen. So. Hier raus ist ganz schnell. Zack. So, jetzt mal gucken. Vielleicht finde ich was auf der Map. Nein, ich sehe nicht auf der Map. Das sind alles. Abchecken. Uh, ich schieß noch ein Plakat. Ein Plakat, das ich mich abgerissen habe. Ah, ja, ich brauch hier einen Elefanten. So. Jetzt geht's noch weiter. Äh, Location Check. Ich muss... Das sieht cool aus. Ja, ja. Dort ist ein Außenbosten. Ich muss dorthin und ich hoffe, ich finde mal jemanden. Oh, Otto bleibt stehen! Bleib stehen, Otto! Nein! Nehme ich mit! Feinde! Ich sehe Feinde! So, jetzt voll. Kammer Egnis erledigen! Zack, erledigt! Ich sollte jetzt nicht die Kammer-Foll. Halt. Oh, ja. Schlauere Feinde gibt es wohl gar nicht. Der Letzte! Weg mit dir! Kammer Egnis abgeschlossen, oder? Ich sterbe vermeintlich. Okay, sehr schön. So, jetzt mal ganz schnell nach. Dort war ein Fahrzeug. Ja, dort ist ein Fahrzeug. Das gibt Geld näher. Lassen wir ganz schnell hier rein. Mal schauen, ob ich jemanden da etwas fülle. Schon Level 3. Fast die Hälfte. Wir sind nicht zu stoppen. Hier ist der Senderfreundskirat. Habt ihr schon von den Höhlen gehört, in denen nur ihre kleinen Zusammenkünfte anfängt? Und ich benutze das Wort Zusammenkunft hier etwas frei. Soweit ich weiß, wird dort kein Feind in sich nehmen. Das ist echt starker Tomat, was der Akku ist. Eins, die wir dann aufgetauscht werden. Ein Gratis Radiopuller. Ein Gratis Radiopuller. Ist es ein Kurier? Nein, es ist keins. Da stand nichts hier auf dem Kamer. Scheiße, 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 scheiße. Komm. Rebe Rehrana, erzähl weiter. Schöre. Ah, würde ich sagen. Bei Plakat, aber egal. Ich hab keine Zeit. Ich muss jetzt alles abcheckeln. Beste Außenposten ever. Sieht richtig billig aus. Musik. Geh aus. So, okay. Der Außenposten. Egal, ich hol mir noch schnell den Außenposten. Lager der Rochan Siegelfabrik. Wir müssen das wieder gut machen. Oh, wie viel Plakat hier sind. Oh, 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 oh. Das gefällt mir. Unmöglich, dass Aktion von alleine entkommen konnte. Das gefällt mir ganz so gar nicht. Schnell rüber. Ja, du hast es gehört, aber das weiß ich nicht. Nein, du hast geforzt. Das Gleiche wie eben auch. Ja, was zum... Wum, wum. Gleich gut. Oh, ich muss ja einen unbemerkt einnehmen. Ein Außenposten. So. Ja, noch ein Located. Hier ein Feind. Schnell weg hier um die Ecke. Weg hier. Ich muss die Alarmanlage auch noch ausschalten. So, hier sind keine Feinde. Kann ich hier rein? Boah, da... Was ist das bloß? Was ist das bloß? Hm, das war nichts. Nein, das war wirklich nichts. Boah, der hat mich fast gesehen. Er hat mich fast gesehen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? So, der ist weg. Der erste ist weg. So, der zweite. Oh, ich muss aufpassen. Verflucht noch, Marke! Scheiße, sie haben mich gesehen. Was ist das für ein Bull? Fuck! Fuck! Wie konnten sie mich sehen? Das war ja richtig Bull. Das muss ich alle erledigen. Ja, super, danke Leute. Boah, ich bin hier bei euch. 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 Bist du da? Nächste bitte! Ja, weiter! Runter mit dir! Wer hat gesagt durchhalten? Nichts durchhalten! Michialo erledigen! Ihr Wichsers! Wo, wo, wo ist da? Wir kommen von der Straße! Ja, ihr kommt von der Straße! Interessent ist ein Scheißtreibung! Scheiße, falscher Sniper! So, bis weg! Scheiße, bis zu laden! Ja, zwei Typen! Super Unterstützung von denen! Super Unterstützung! Auf die Bremse! Ja, das war bestimmt der einfachste Außenposten ever! Hier so weg! Hier so, Mama! So, jetzt hab ich einen noch! Nein, da kommt noch mehr Typen! Ja, okay! Unterstützung! So, schade, dass ich kein RPG habe! Oh, grünes Licht! Lager! Der Wacher! Ziegelfabrik! Und wenn ich so an die Aufgabe denke, die für heute geschmelt ist, bin ich fett gearscht! Rechtsrand! Wir steigen aus! Was sind das Wortes? Ja, okay! Was heißt was? Keine Ahnung! Auf jeden Fall! Ich bin voll im Arsch! Da war noch ein Plakat! Scheiß drauf! Ich musste schnell sichern! Wie kommen überhaupt die ganzen Typen an? Ich weiß, dass es zufällig ist, aber ich weiß nicht wie! Super! 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 Schon verkackt! Perfekt! 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 Wenn Sie jemanden beim Besteigen eines Schundturms beobachten, sollten Sie sofort den nächsten Repräsentanten der Royal Army informieren! Perfekt! 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 Boah! idency Ich habe nicht erledigt! Leute, hab ich endlich erledigt! Komm her! Auto! Uh! Lassen Sie mich ende久 gekommen! Ich darf mich nicht so lange aufhalten! Ich muss runter fahren..! So, ich fahre hier gar nicht mehr runter! Und hoffe dann, dass ich jemanden finde! Ich finde nix! Kein dann! Gar nichts! Gleiches Glückworte! Okay, wenn ich die Aufgabe verkackt habe, weil wir gerade in der Zeit schon vorbei sind, kommen dann dauernd umgekehrt, keine Ahnung, wie ganz andere Witches. Come on! Schade, den anderen ist, glaube ich, nicht erledigt. Egal. Ja, na klar. Auf meinen Außenposten ist ein Angriff auf jürgen Gesetzes treuen Bürger von Kürat. Der goldene Fahrt wird auf... Yo, Kumpel, du bist der Beste, fahr extra kick. Jetzt kommt mein Glück. Ja, 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 ich lege jetzt auf der Map. So, erledigt. Nein, habe ich nicht. Da ist meine Rettung. Bitches. Schnell nach. Schneller. Beeil dich. Ich muss ihn einholen. Schneller. Fahr, 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 fahr. Der Wix, der muss anhalten. Es kommt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeit, Arbeit und soziale Harmonie. Pagan Min will nur das Beste für Kürat. Tja, nur das Beste. Alle abknallen. Alle töten hier im Himmel. Kommt ein bisschen. Nee, mach mal. So, ich muss den Typen erledigen. Der goldene Fahrt erledigen will all seinen großartigen Leistungen wieder zu Lichte machen. Ja, 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 ja. Gehen Sie hinter Paganin und setzen Sie dem goldenen Strat ein Ende. Ich kann... F-Take-Down. F-Take-Down war da gerade. F-Take-Down. Ja, ja. Du wirst ja, du Wichser. So, mein Fahrzeug. Fahrzeug Take-Down. So. Und das Fahrzeug habe ich keinen Bock. F-Take-Down gemacht. Jetzt müssen wir nur noch diesen Truck abliefern. F-Take-Down. So. Ich markiere den Übergabepunkt auf deiner Karte. Brauche ich nicht, Kumpel. Brauche ich nicht. So, weg damit. Okay, das erste Ding habe ich erledigt. So, jetzt geht's zum nächsten Ding. Ja, so. Es wird weiter herumgefahren. Und weiter... Na, jetzt brauchst du hier... Oh, das ist eine Ankündigung des Ministeriums für... Halt die Fresse, du Bitch. Ich habe keinen Bock mehr auf deine Ankündigung gehen. Uh, Park an Storm. Feindlicher Konvoi. So, diesmal werde ich aber nicht verkacken beim Konvoi. Okay, wo ist denn der näherste Punkt? Ich denke, von hier komme ich am schnellsten dort hin, weil hier muss ich so fahren, da so. So, ich komme, denke ich, von dort. Nee, 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 der... Nee, komm, ich komme einfach von hier. Egal, so. So, jetzt wird der Konvoi gebankt. Der wird einfach nur gebankt. Einfach nur fett gebankt. So, ich brauche aber erstmal ein Fahrzeug. Am besten mit einem Flüchtiger. Uh, jetzt läuft es ganz okay. Hey! Auf die Fresse! So, ein Fahrzeug habe ich mir gesichert. Okay, los geht's, Leute. Los geht's. Leider ohne einen Fünfziger. So, so, so. Nein, der fährt dorthin. Also, sollte ich... Ich denke, nee, ich... Ich lippete mich lieber nach dorthin, damit er mir entgegenkommt, der Konvoi. Das ist dann, denke ich, mal besser. So, scheiße. Nein! Kacki! Ich denke... So, falls ich die Konvoi jetzt hinkriege... Ja, ja. Scheiße. Nee, ich denke, ich habe es ver-kackt. Ich habe es vermasselt. Ich habe es vermasselt. Ach, kacki, kacki, kacki. So, komm her, Zorn. Oder was weiß ich, wie der Ding da ist. So, schneller, baldig! Ich habe noch vier Minuten. Musst mich fünf Minuten. Da sind schon die fünf Minuten zu Ende. Baldig, baldig, baldig. Er wird euch... Fange ich auf den Weg, noch ein Kurier ab. Come on, Kurier! Bitte, rette mich, Kurier! Du musst jetzt kommen! Ja, damit... Nein! Nein! Ich habe keine Munition! Oh! Halt die Fresse. So jetzt muss verfolgt werden. Okay, come on! Raus mit mir! Sack, erledigt! Okay, erledigt den Mixer! So, jetzt schießt ein anderes Fahrzeug! Gibt's hier einen 50er, einen 50er? Ja, hier gibt's einen 50er! Ganz schnell! Erledigt! So, den Typen auch erledigen! So, ich brauche... Erledigt! Erledigt! Nein, einfach nur ein Typ ist übrig oder so! Säge halten zum Heilen! So! Äh... Nein! Nee, okay! Hier ist nur das letzte Fahrzeug! So! Ah, ich muss es kaputt machen! Okay! Weg damit! Hier, Bitches! Okay! Kommt euch zerstören! Sehr schön! So, jetzt brauche ich einen Kurier! So, jetzt muss ich hier herumgefahren werden! Mega fett! Keine Ahnung, wie, wo und wann man ihn findet! Ich bewege mich von dort nach dort! So, okay! So, 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 so! Beeilung! Kacke, kacke, kacke! Na, 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 na! Eventuell überziehe ich noch ein paar Minuten! Diese Partei? Aber das ist alles dann ganz schwer! Finde ich mal! So, so, so! Nein, hier gibt es kein Fahrzeug Nein, nein, nein Fick dich, fick dich, kein Fahrzeug Behalte dich, lade, lade schneller Schnell, lade, schnell, lade Schnell, lade, lade, lade Ich mag kein Laden mit Schimmer Wow, bei mir ladet das eigentlich Im Vergleich zu Playstation oder Xbox viel schneller Weil, wo ich da mal Videos Mir miteinander angeschaut habe Boah, da kann man einfach sterben Diese Ladezeiten dort Die dauern einfach nur Ewigkeiten So, 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 so Ich fahre einfach mal hier so und dann Boah, ich hab keine Munition, kacke Egal, ich muss es schaffen So, jetzt einfach mal hier herumfahren Oder herumkontrollen Was weiß ich was Boah, hab ich den Typ noch gefahren Scheißer Adler kommt, er Ich kräfte mich nur am Auto an Das würde richtig gut sein Egal Ich muss jetzt mich beheilen Bitte, komm hier, bitte, komm hier Rette mich, rette mich Komm hier Komm hier Nein, nein, nein Komm hier Komm hier Rette mich, oh yeah Komm hier Komm hier Komm hier Oh yeah, oh yeah, oh yeah Du bist mich jetzt Rette Rette Yeah Rette Rette Ja Ja, ja, jetzt kommt Carrot Und Ich hab doch schon eine gute Fabrik Eingenommen Also Das haben wir alle Wir sind kaum zu übersehen Aber da sitzen keine Menschen Die sind voller Heroin Ich sag das nochmal Ich sag das nochmal Voller Heroin Voller Heroin Also Es kommt nicht von der Straße Aber ein einziges Gramm Heroin kostet zwischen 100 und 300 und 30 Dollar Das ist geil, das ist geil 1,00 bis 300 Was? Hab ich es gehört? Nein Ja, okay So, ich fahre noch nicht den Weg und dann danach Ja, hab ich verkackt die Aufgaben Ich frage mich ob es bei Diktaturen auch diesen Konkurrenten Nur falls ich jetzt bis zum Ende bis zum Da nix will dir Dann habe ich mich 1% der Subshop-Daten auch mit den Müllers von nebenan mithalten Warum zum Beispiel Les Pargan eine riesen Statue von Geschäftsbau Ja, wieso macht er das? So, ich hab verloren So Die Aufgabe hab ich ja offiziell verloren Schade, mir hat ein Kurier gefehlt Aber ich hab auch zwischendurch Dingens eingenommen Einen Außenposten eingenommen und so Also, ja Hab ein bisschen Zeit vertrödelt Scheiße, war ein großer Fehler von mir Aber was soll's Was soll's So läuft halt das Leben